Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer letzten Folge aus unserem Fully Modelled Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Wir haben bei der letzten Folge den Park soweit fertig abgeschlossen und heute möchte ich nochmal mit euch gemeinsam eine kleine Besichtigung machen. Auch alle Touren fahren, uns alles angucken und natürlich ist auch für euch das Safe Game unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das könnt ihr da runterladen und auch mal selber ausprobieren. Allerdings müsst ihr natürlich für die richtige Experience oder Erfahrung in unserem Park alle Mods installieren, die ich auch installiert habe. Die Modliste ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und es geht genau hier los, nämlich in unserem Resort und Spa. Man kommt hier mit dem Helikopter an, so wie es hier gerade perfekt getimt ist. Und dann steigt man hier natürlich aus. Also ist ja quasi schon so Privatflug, ne? Also richtig krass. Da muss man schon ordentlich Asche hinblättern, denke ich. Und hier geht es dann hinein. Welcome. Und ja, dann geht es natürlich in den Park. Einige Sachen hier kann ich leider nicht so gut durchfliegen, aber das ist ganz normal hier bei der Kamera. Ich werde versuchen, das Ganze so gut wie es geht in Besucherperspektive zu machen. Mal gucken, wie mir das gelingt. Ich werde aber auch die ein oder andere Sache von oben zeigen. Also hier steigt man oder hier kommt man dann raus. Und hier geht es dann in unseren Resort und Sparbereich. Ich habe übrigens nicht mehr alles ganz fertig gebaut, weil die FPS langsam angefangen haben, schlecht zu werden. Das heißt, die ein oder andere Bank habe ich dann ein bisschen weniger platziert, aber das macht ja nichts. Wir werden auch nochmal bei Nacht nachher rüberschauen, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ansonsten müsst ihr das tun. Hier links findet man dann schon mal einige Läden. Ein Souveniershop, natürlich auch Bänke und Mülleimer. Die dürfen ja nicht fehlen. Alles schön beleuchtet. Hier ist dann direkt eine Toilette. Sowas finde ich auch immer wichtig an Parkeingängen. Da kann man dann auch reingehen, wenn man nach der langen Reise unbedingt auf Klo muss. Und hier hinten ist nochmal ein kleines Café. Da kann man sich dann auch nochmal ausruhen. Ein bisschen hinschillen. Dann sind hier noch einige Palmen. Im Hintergrund sieht man sogar schon die ersten Uhrzeitwesen. Ich habe gerade ehrlich gesagt den Namen vergessen. Das ist schon so lange her, dass ich die installiert hatte, die Mod. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, damit ich dann nochmal daran erinnert werde, wie die heißen. Hier sind auch noch wunderschöne Palmen. Also es ist hier schon wirklich, ich glaube diese Resort Optik haben wir schon gut hinbekommen. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist Sand. Aber Sand hatten wir ja leider nicht zur Verfügung. Aber dafür haben wir diesen schönen hellen Holzweg. Der sieht ja auch ganz ordentlich aus. Also bin ich sehr zufrieden mit. So, wir biegen mal direkt hier rechts ab. Hier geht es nämlich zum ersten Hotel, wo man einchecken kann. Und in diesem Hotel hat man wirklich eine wundervolle Aussicht. Hier kann man sich nämlich überall hinsetzen und hinschillen. Vorne sind ganz tolle Sitzplätze. Ne, mal schaut. Da sitzen auch schon die ersten Leute. Ziemlich cool. Und man kann dann direkt hier vom Hotel aus eine wunderschöne Aussicht genießen hier auf unsere Uhrzeitvögel. Weiß leider den Namen gerade echt nicht mehr. Der ist mir entfallen. Sehr, sehr ärgerlich. Ich kann es auch leider nicht nachschauen. Ach, übrigens, die Dinosaurier oder die Lebewesen, die wir noch in der letzten Folge in den Park gebracht haben, die haben natürlich auch einen Namen bekommen. Falls ihr den herausfinden wollt, dann müsst ihr das Savegame runterladen. So ist auf jeden Fall die Aussicht aus unserem ersten Hotel. Wir gehen mal weiter, weil wir haben noch sehr viel zu entdecken. Nur, dass wir nicht zu sehr in die Länge ziehen. Sorry, wenn es hier teilweise so ein bisschen laggt. Aber das kann ich leider nicht verhindern, wie viele Mitarbeiter hier einfach rumlaufen. Mehr Mitarbeiter als Gäste. So, hier geht es dann nochmal in einen kleinen Sitzkreis. Da kann man sich dann auch entspannen. Nochmal schön mit den Leuten ein bisschen quatschen. Ein paar Hecken, ein paar Mülltonnen. Die dürfen nicht fehlen. Die haben wir ja überall. Oh, ich sehe hier schon. Aus Besucherperspektive sieht man schon die ersten Fehler. Hier schwebt nämlich ein bisschen was, die Bank. Aber das macht nichts. Das lassen wir jetzt einfach so. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Die schweben irgendwie alle. Das hat man von oben gar nicht gesehen. Kommen wir uns das Ganze mal von oben an. Von oben sieht man es nämlich nicht. So sieht das Ganze aus von oben. Ich hoffe, die Kameraführung ist einigermaßen okay für euch. Nämlich gar nicht so einfach. Hier haben wir auf jeden Fall so eine schöne Palme. So ein bisschen Wasser. Ein Weg drumherum. Hier vorne ist dann nochmal eine kleine Toilette. Die Jurassic Park 1 Toilette. Für den Nostalgiefaktor. Und hier vorne geht es dann zum Check-in in das zweite Hotel. Hier in diese Tür. Und dort hat man natürlich wieder einen ähnlichen Ausblick. Man hat nur im Nachbarhotel sozusagen. Und da kann man dann auch auf diese wundervollen Vögel, die sich alle verstecken da hinten, blicken. Aber wir können ja ranzoomen zum Glück. Da kriegt man sie auch mal zu Gesicht. Echt, dass die alle gerade da hinten sind. Haben wohl keine Lust hier vorne direkt am Zaun zu sein, damit wir sie gut beobachten können. Aber macht ja nichts. Das ist auf jeden Fall das erste Tier, was man zu Gesicht bekommt in unserem Fully-Modded Park. Finde ich schon ziemlich cool. Und hier geht es dann eigentlich erst richtig los. Also hier geht es in den Park. Merkt man auch, weil es hier aus dem Ressort geht. Hier endet nämlich dieser helle Weg. Und es geht in unserem modernen Weg, würde ich sagen, über. Und jetzt geht es nach links und rechts. Schilder gibt es leider keine. Man sieht auch erstmal nichts. Aber hier vorne kann man den ersten Blick riskieren, wenn man rechts geht. Durch den Zaun. Dort sehen wir auch schon die ersten Dinosaurier. Cool. Da haben wir nämlich Toros. Da haben wir Argentinosaurin. Hoffentlich fallen mir die ganzen gemoddeten Dino-Namen noch ein. Ansonsten müsste mir echt helfen. Wenden sich sogar den mit dem Säge. Wie hieß denn der nochmal? Das war auch irgendwas mit A. Amaga? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber schreibt es gerne rein. Ich hätte mir mal die Mods vorher nochmal angucken können. Dann hätte ich vielleicht die Dino-Namen nochmal drauf gehabt. Aber ich bin leider immer sehr vergesslich, was den Namen angeht. Ich will mir nicht böse sein. So, wir fliegen mal weiter. Ich denke mal, so ist die Sicht schon ganz gut. Ein bisschen über dem Kopf der Besucher. Hier rechts, das ist für die Mitarbeiter. Da können sie nämlich in das Gehege fahren. Das ist nämlich das große Pflanzenfresser-Gehege. Hier kommt dann nochmal so eine kleine Sitzecke mit Hecke. Und allem drum und dran. Hier ist ein Souvenirladen. Auch sehr schön. Hier haben wir uns auch mal ein bisschen ausgetobt. Mit meiner eigenen Mod. Alles so mit Zäunen und sowas. Umzäunt. Finde ich ziemlich cool. Allerdings glaube ich auch, dass diese ganzen Objekte einiges an der FPS ziehen. Bisschen schade. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich finde das echt cool, dass man jetzt auch schon mal so ein bisschen Deko hat. Ich muss mal gucken, wenn ich die Zeit finde, dass ich hier noch ein bisschen weiterentwickele. Was die Deko-Mods angeht. Aber momentan ist die Zeit wirklich echt knapp. Ich habe so viele Projekte am Laufen. Ich weiß gar nicht, wohin ich, was ich alles zocken soll. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Also es ist wirklich sehr, sehr schade. Naja. Oh, hier ist es auch ein bisschen hugelig geworden. Sehe ich gerade, aber das macht nichts. Das geht noch einigermaßen. Das ist okay. So, hier geht es jetzt in den ersten Turm. Und dort können wir natürlich auch die Aussicht genießen. Das ist jetzt die Aussicht aus dem Turm. Hier fährt auch eine Jurassic Tour durch. Die können wir auch gleich definitiv noch fahren. Aber man sieht da gerade auch sogar die Dinosaurier, die hier drin sind. Nämlich Trodons und der Concavenator. Die schleichen da schon so ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht, wo die Jurassic Tour gerade ist. Die würde ich gerne auch sehen. Aber ich glaube, die ist gerade nicht da. Aber ich finde, wir haben das ganz gut gelöst hier. Dadurch, dass wir es in der Mitte so schön mit Bäumen und so bedeckt haben. Also man kann schon Dinos zu Gesicht bekommen. Allerdings können die sich auch verstecken und zurückziehen. Ich glaube, das haben wir echt gut hinbekommen. Dann habe ich auch gerade übrigens die Tour gesehen. Die müsste hier gleich um die Ecke kommen. Da kommt sie gefahren. Oh, da freue ich mich schon gleich drauf. Das werden wir gleich sofort machen. Haben sie angedüst und wird gleich weggesnackt von den Concavenatoren. Für uns geht das Ganze aber hier weiter. Wir gehen aus dem Turm wieder raus. Haben jetzt nochmal die nächsten Dinosaurier zu Gesicht bekommen. Und hier vorne geht es dann zur Jurassic Tour um die Kurve. Die werden wir gleich auch fahren und genießen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber vorher biegen wir nochmal links ab und gönnen uns eine kleine Pause. Hier ist nämlich nochmal so ein schöner Ruhebereich mit einem Jurassic Café und einigen Hecken, Lampen und Bänken. Hier kann man sich dann auch zum Beispiel hinflitzen und der Jurassic Tour beim Fahren zu sehen, wie sie aus dem einen Gehege ins nächste Gehege rollt. Da geht es nämlich ins große Pflanzenfresser-Gehege. Da sieht man sogar Dinos gerade, wenn sich das Tor öffnet. Da, das sind Toros. Sehr cool. Oh, da kommt sogar gerade noch ein anderer Dino, den wir noch gar nicht gesehen haben. Der versteckt sich leider gerade. Den werden wir gleich erst zu Gesicht bekommen. Da ist er. Ja, Edmonto. Sehr gut. Versteckt sich im Wald. Ja, auf jeden Fall ist hier so ein kleiner Ruhebereich nochmal mit einem Jurassic Café. So sieht das Ganze aus. Wir gehen jetzt aber mal hier vorne in die Jurassic Tour. Und wir fahren natürlich selber, damit wir auch mal anhalten können. Ich habe gar keinen Motoren-Sound. Den hatte ich letztes Mal schon nicht. Ich glaube, die Mods haben irgendwie den Motors-Sound kaputt gemacht. Schade, schade. Das perfekte Selfie mit einem Dinosaurier. Das perfekte Selfie, okay. Hier sind auch ganz viele Redwood Trees drin. Das ist ja auch so ein sehr bergiges Gehege. Mal schauen, was wir alles zu Gesicht bekommen. Die Musik ist auf jeden Fall sehr schön. I like it. Die Argentinos sind da auf jeden Fall. Wir geben mal ein bisschen Gas. Da habe ich echt noch viel zu sehen. Wir wollen ja das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Da sind sie. Oh Gott, sie kommen auf mich zu. Oh oh. Okay. Man sieht halt keinen Kopf, man sieht nur Hals. Ich kann echt keinen Kopf erkennen. Die sind einfach zu hoch. Über diese Sprüche oder auf die Sprüche braucht ihr eigentlich nicht achten. Weil die stimmen sowieso nicht. Wir quetschen uns mal schnell durch. Oh Gott. Ich glaube, das wird nichts mehr mit durchquetschen. Ich kann nicht mehr weiter. Rückwärts gagen. Die Argentinos, die machen uns hier fertig. Ne, die Sprüche sind natürlich nicht für die gemoddeten Dinos. Die sind für die anderen. Da liegen sogar Baumstämme. Hier ist ein kleiner Futterspender. Aber wir fahren weiter. Hier vorne geht es nämlich entlang. Wie hießen die denn nochmal? Irgendwas macht er ein. A.M. Amarga. Amargasaurus? Bin ich da richtig? Ist auf jeden Fall auch wunderschön. Ich glaube, das war Amargasaurus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wunderschön mit der Farbe und dem Segel. Richtig cool. Aber wir wollen die nicht weiter stören. Wir düsen voran. Also die Tour haben wir bis jetzt echt gut hinbekommen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Da sehen wir die nächsten Dinos. Das sind Edmontus. Die sind da wohl gerade am Fressen. Da geht es nämlich so ein bisschen nach oben. Das haben wir ja extra so gemacht. Sehen auch richtig cool aus. Oh, da kommt sogar gerade noch ein Tor um die Ecke. Durch die Felsen. Ah, guck mal. Das ist leider ein bisschen doof, ne? Die können dadurch, dass das Mods sind, durch die Felsen so ein bisschen durchgehen. Aber naja, kann man nicht ändern. Dafür sieht alles immer ein bisschen anders aus. Ist ja auch schon mal was, ne? Nicht das Classic Jurassic World Evolution. Diese Musik ist toll. Hier liegt auch nochmal ein riesiger, umgefallener Baum. Links Felsen. Ich glaube, das haben wir echt schon gut hinbekommen. Sieht super interessant aus. Oh, da flackert auch der Felsen. Bisschen, egal. Ja, das ist sogar noch eine Dinoart. Guck mal da vorne. Das ist ein Oviraptor, der da steht. Da kommt gerade noch so einer. Vielleicht sehen wir den gleich nochmal. Wir fahren da nämlich auch noch rum, wo gerade die andere Tour ist. Aber jetzt geht es erstmal hier durch die Schleuse in das nächste Gehege. Da oben saßen wir gerade und haben die beobachtet. Hinein geht es ins Fleischfressergehege. Und hier haben wir Trodons und den Konkavenator. Zweimal, glaube ich. Und die haben wir ja vorhin schon gesehen von oben. Oh Gott. Bitte nicht angreifen. Er trinkt da gerade. Das ist gut. Ist schon cool, ne? Liebe Jurassic World Evolution mit Mods. Momentan kommen leider gar nicht so viele Mods raus. Was echt schade ist. Ich hoffe, das Spiel schläft nicht ein, was Modding angeht. Aber ich möchte noch sehr viel Freude mit diesem Spiel haben. Ich glaube, Mods sind da unsere einzige Chance. Liebe Trodons, darf ich durch? Anscheinend nicht. Hey. Ich kann den nicht lang. So. Hier ist auch nochmal ein wunderschöner Ort, wo man rüber gucken kann. Da können die dann fressen, die Fleischfresser. Haben wir auch ziemlich cool gemacht da die Ecke, finde ich. Haben wir ja gut umgesetzt. Dann gehen wir mal schnell vorbei hier, bevor wir, aua, noch angegriffen werden. Und jetzt geht's zurück. Ins nächste Gehege. Wo wir vorhin schon waren. Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite. Ich hoffe, die Oviraptoren sind jetzt noch hier, dass wir die nochmal von näher sehen. Ansonsten können wir es nicht ändern. Dann ist das so. Wir haben ja auf jeden Fall nochmal einen wunderschönen Ausblick auf einen Torosaurus. Ach, schön. Der sieht schon cool aus. Weiter geht's. Die Oviraptoren haben sich leider nicht mehr gezeigt. Aber das macht nichts. Denn wir sind jetzt am Ende der Tour angekommen. Hier geht's nämlich wieder in die Station. So, das war die Tour. Und ich muss sagen, die hat echt Spaß gemacht. Fand ich cool. Coole Strecke, die wir da gebaut hatten. Es geht aber jetzt direkt weiter. Wir haben jetzt nämlich erstmal einen langen Fußmarsch vor uns. Es bleibt leider nicht aus auf dieser Insel. Ist natürlich nicht so ideal, auf Isla Pena zu bauen. Aber ich glaube, wir haben was Gutes draus gemacht. Dafür, dass die so schwer zu bebauen ist. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen Movement Speed. Hier geht's nochmal nach links. Links kann man dann auch an der einen oder anderen Stelle noch durch den Zaun gucken. Und die Dinos, die wir gerade in der Tour gesehen haben, nochmal zu Gesicht bekommen. Die haben da gerade richtig Probleme. Was ist da denn los? Den abgewürgt, den Wagen. Egal, wir flitzen mal hier lang. Denn hier vorne gibt's nochmal so eine kleine süße Sitzecke. Wo man sich hinsetzen kann. Und hier links geht's auch nochmal rein in einen kleinen Beobachtungsbereich. Den wollte ich eigentlich auch noch mehr ausschmücken. Aber, ja, wie gesagt, die FPS sind teilweise ein bisschen runtergegangen. Deswegen habe ich das dann gelassen. Noch nochmal eine kleine Sitzecke. Das ist immer so ein bisschen Deko. Und hier kann man nochmal die Dinosaurier dann beim Fressen beobachten. Die Amarga-Saurin. Ich hoffe, das ist richtig. Dann sage ich es jetzt das ganze Video falsch. Aber kann man nichts machen. Oh, was ist das denn? Wer traut sich dran zu ziehen? Da ist einfach so ein Schweif raus. Oh, da ist ein Oviraptor. Jetzt sehen wir ihn nochmal näher. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bekommt ihr den auch nochmal zu Gesicht? Da ist er. Der kleine Oviraptor. Das haben wir schon gut hinbekommen mit der Sicht. Also man kann das wirklich von allen Seiten eigentlich beobachten, das Gehege. Aber auch nicht die ganze Zeit. Wir haben ja hier auch so ein bisschen Betonwände gebaut. Was ich aber auch gut finde. Und natürlich die schöne Jurassic Tour. So, und dann geht es hier links. Jetzt haben wir nämlich einen langen Fußmarsch vor uns. Bis zum nächsten Bereich. Nehmen wir nochmal so eine kleine Aussichtsplattform. Wo man nochmal den Blick aufs Meer genießen kann. Was auch wunderschön aussieht. Und natürlich sich nochmal ausruhen kann, wenn man schon sehr weit gelaufen ist. Und nicht mehr kann. Aber wir machen nicht schlapp. Wir sprinten weiter. Und hier rechts ist Mitarbeiterweg. Und links kommen wir wieder zu einem weiteren Highlight. Erstmal einem Kaffee, wo man nochmal was trinken kann. Aber hier geht es ins begehbare Gehege. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Ich habe die Leute übrigens noch nicht gesehen, dass die da reingehen. Also ich glaube, das funktioniert so weit nicht. Aber für uns ist es trotzdem toll. Und wir können hier direkt bis ins Gehege gehen. Und dort können wir die wunderschönen Zitaco-Saurerinnen angucken. Wie sie grasen. Sind die nicht süß? Oh. Ich finde die Mod toll. Die ist super. Ist auch cool mit dem hohen Gras. Gefällt mir sehr gut. Dass die noch so ein bisschen verstecken können. Aber die kommen ja auch wirklich nah ran. Also man kann die wirklich richtig gut beobachten. Und sogar streicheln. Diese Lampen, die halten ja nicht groß auf. Finde ich mega cool, die Idee. In so einem begehbaren Gehege. Jetzt müssen wir mal eben die Kamera wieder gut ausrichten. So, passt das, glaube ich. Und dann kann man nämlich hier vorne noch ein weiteres Mal reingehen. Dann der zweite Kreis, wo man gucken kann. So sieht das Ganze übrigens von oben aus. Ist schon sehr interessant. Aber es geht weiter. Im nächsten Gehege. Beziehungsweise zum nächsten Aussichtsturm. Und das ist die Aussicht aus unserem Aussichtsturm. Hier haben wir auch ein sehr interessantes Gehege gebaut. Ein sehr ausgetrocknetes Gehege. Ist aber, glaube ich, sogar mein Lieblingsgehege. Das ist ja das, was wir in der ersten Folge gebaut haben. Und ich finde, das ist wirklich richtig gut gelungen. Das hat echt eine ganz tolle Optik, wie ich finde. Und auch ganz tolle Bewohner natürlich. Die schlafen leider gerade da hinten. Das sind zwei Giganotosauren. Mit tausend Ziegen. Schaut mal, wie viele Ziegen da sind. Zählt die Ziegen, los. Ne, es sind richtig viele Ziegen drin. Weil ich Dinosaurierkämpfe nicht anhabe, logischerweise. Und ja, die deswegen nicht gefressen werden. Ich fliege mal ganz kurz ein bisschen tiefer rein. Ich will euch die nochmal von nahen zeigen. Da sind nämlich die beiden Gigas. Erwachen gerade. Zeigst euch nochmal von oben. Haben auch einen sehr interessanten Wasserverlauf hier geschaffen. Höhenunterschiede haben wir natürlich auch drin. Hier geht es nämlich nochmal ein bisschen hoch. Und natürlich diese schönen Felsen. Die haben wir öfter benutzt in unserem Park. Aber es geht weiter. Geht mal jetzt so weiter. Dann ist es ein bisschen einfacher aus dieser Sicht. Kann ich euch auch Sachen mit der Maus zeigen. Das ist, glaube ich, sogar klüger. So, hier haben wir nämlich einmal eine Fossilienzone. Hier sind immer ein paar Bänke und so sind ich ganz perfekt platziert. Ich hatte aber, wie gesagt, am Ende auch nicht mehr so die Lust, zu viel zu platzieren und sowas. Und das alles zu perfekt zu machen, weil ich einfach schon viel Zeit investiert hatte. Und wegen den FPS. Hier ist dann nochmal eine schöne Toilette. So im modernen Stil. Darf natürlich nicht fehlen. Hier haben wir sogar mal Lampen in der Mitte des Weges. Das finde ich auch ganz cool. Und hier geht es in die nächste Beobachtungsgalerie. Da hat man nochmal von der anderen Seite so ein bisschen die Sicht. Da waren wir vorhin rechts. Hier können wir jetzt auch nochmal gucken. Leider verstecken die sich immer noch da hinten. Aber das macht ja nichts. Das kann man leider nicht ändern, wo sich gerade die Dinos so rumtreiben. Hier geht es dann nochmal in ein wunderschönes Restaurant. Das ist eh mein Lieblingsgebäude. Das mag ich wirklich mit Abstand am liebsten. Mit diesem tollen Spinosaurus ist das, glaube ich. Oder Suchomimos Kopf. Eins von beiden, glaube ich. Immer nochmal so eine einzelne Bank. Kann man sich da nochmal hinsetzen, wo man sich ausruhen möchte. Hier ist dann nochmal so ein kleiner Rundkreis. Hier geht es auch ein bisschen hoch. Und dann ist da ein Redwood Tree und ganz viele Lampen. Ich habe ja sowieso über Lampen gemacht. Damit das Ganze auch bei Nacht funktioniert. Und hier ist nochmal ein begehbares Gehege, in Anführungszeichen. Also so halbbegehbar. Kann man die Dinos nochmal beobachten. Wir gehen nochmal hier in diese Sicht kurz. Nur mal ein bisschen näher ran. Hier gibt es nämlich Pachis. Wunderschön, wie nah der gerade auch am Zaun ist, der Pachi. Und da hinten sind Jin... Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist wirklich zu lange her, Leute. Ganz gerne reinschreiben. Jin so saures oder so. Ich finde mich da auch echt schwer, mir das immer zu merken, diese ganzen Namen. Das ist aber auch nicht einfach, oder? Nicht zumindest. Haben wir hier nur die zwei Arten drin gehabt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, hier hatten wir nur die zwei Arten. Aber es ist trotzdem cool, dass man hier so direkt reingehen kann ins Gehege. Und dann hier nochmal so ein dünnerer Zaun ist. Weil der Rest des Geheges ist halt mit so einem dickeren Zaun eigentlich umzäunt. Seht ihr ja hier. Und hier an der Stelle, wo man reingehen kann, ist es halt ein bisschen dünner. Dann hat man mehr das Gefühl, dass man näher dran ist. Da oben fährt übrigens unsere schwarze Einschienenbahn. Der werden wir auch gleich eine Tour machen. Denn wir müssen jetzt eigentlich schon da einsteigen. Also wie hier geht es jetzt lang? Jetzt nehmen wir so ein kleiner Wasserbereich. Und wir müssen jetzt hier einsteigen. Wir können auch mal eben warten, bis die andockt. Oh, da kommt sie gerade. Perfekt. Denn wir wollen jetzt mal runterfahren in diese Richtung. Also nach links. Ansicht anzeigen. So, wir können auch mal kurz warten. Ich finde, das ist immer ein bisschen schwer. Es ist echt schade, dass es nicht so einen richtigen Besuchermodus gibt, wie bei Planet Zoo. Das finde ich immer ein bisschen einfacher von der Kameraführung und so. Deswegen, wenn mal irgendwie was verruckelt ist oder nicht ganz so schön aussieht, dann seid mir da nicht böse. Gebt mein Bestes. Okay, das hat ganz schön lange gedauert. Jetzt geht es aber los. Sind auch nur wirklich kurze Strecken, weil die sind eher zweckmäßig als für die Aussicht. Weil ihr seht ja, man sieht ja eigentlich nur Wald, Felsen und Meer. Ist jetzt auch nicht hässlich, ne? Aber die erfüllt halt einen Zweck, denn wir kommen jetzt in einen nächsten Bereich. Der leider auch nur sehr klein ist, aber so ist halt die Insel. Hier kann man sogar schon die ersten Dinos sehen. Da. Hier kommt man dann an und dann kann man direkt hier links in einen Turm gehen. Noch nochmal ein paar Bänke. Und hier können wir dann hineingehen. Und da sehen wir dann die Demetrodons. Eine der besten Mods, die es für Jurassic World Evolution gibt. Deswegen durfte die natürlich auch in unserem Park nicht fehlen. Ganz, ganz wichtig. Aber wir gehen direkt weiter, weil wir haben noch weitere Aussichtspunkte, wo wir gucken können. Hier geht es nochmal um die Kurve. Hier ist ein wunderschöner Wasserbereich, wo die trinken können, beziehungsweise müssen, weil es das einzige Gewässer ist. Und wir dann auch perfekt nochmal durchgucken und die beobachten. Das ist schon echt schön. So, und wir gehen weiter, denn hier vorne ist erstmal nochmal wieder eine Bank und Mülleimer und nochmal eine kleine Toilette und ein Kleiderladen, den ich optisch auch sehr schön finde, muss ich sagen. Also den finde ich auch super ansprechend, den Kleiderladen, wenn ihr euch den mal anguckt. Richtig cooles Design. Die Toilette auch. Sie sehen echt gut aus, die Gebäude. Und hier vorne geht es auch nochmal rein. Hier hat man dann auch nochmal so einen kleinen, begehbaren Bereich, wo man näher rankommt an die Tierchen. Jetzt ab und zu mal hin und her wechseln zwischen den Kameras. Das geht nicht anders. Der knabbert im Boden. Aber ist schon eine coole Mod, ne? Also kann man nicht anders sagen. Ich finde es auch cool, wie sich das Segel immer so bewegt. Zu der Bewegung von dem Dinosaurier. Das ist schon echt sehr gut gemacht. So, und jetzt fliegen wir mal in den letzten Bereich. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nicht mit der Bahn. Das dauert zu lange. Und man sieht eh nicht so viel. Wir fahren jetzt hier zurück. Und einmal in die andere Richtung. Hier geht es dann entlang. Und hier in den letzten Bereich, da ist sogar gerade die Bahn angekommen. Hier unten kommt man dann raus. Und dort gibt es einmal eine kleine Ranger-Station mit zwei Jeeps, die abfahrbereit schon da stehen. Dann gibt es hier drei Beobachtungsgalerien. Gehen wir mal in die erste hinein. Sehen wir da gerade was? Oh ja, da sehen wir sogar Dinos. Wie hießen die denn nochmal? Okay, es lag mir auf der Zunge, aber ich habe es gerade nochmal extra nachgeguckt. Young Chuanosaurus hießen die. Das hat mich gerade ein bisschen genervt, dass ich den Namen schon wieder nicht mehr wusste. Mensch, Mensch, Mensch. Die verziehen sich aber gerade so ein bisschen. Das heißt, wir gehen auch mal nochmal eine Galerie weiter. Denn man kann hier einfach weitergehen. Oh, hier sind noch Schilder. Das habe ich ganz vergessen. Upsi. Also um so einen Park zu besuchen, aus Besucherperspektive, ist Jurassic World Evolution leider echt nicht so geeignet. Schade, schade. Hier seht ihr übrigens die anderen Dinos, die in der Zunge sind. Da weiß ich sogar den Namen. Terry Zinosaurus. Wäre auch traurig, wenn ich den Namen nicht wüsste. Richtig cool. Also hier haben wir Chuanosaurus und Terry Zinosaurus. Hier ist die dritte Beobachtungsgalerie. Da kann man dann wirklich in alle Richtungen den Blick abdecken. Finde ich sehr cool. Da sieht man ihn nochmal. Der hat wirklich tolle Farben, ja. Auch eine richtig gut umgesetzte Mod. Und auch der Terry ist nice. Ist ein Clown. So, schauen wir nochmal von oben. So sieht dieser ganze Bereich aus. Auch hier hinten schön mit Felsen abgesteckt am Wasser. Natürlich wieder Baumstämme und so weiter. Und auch so ein bisschen gesenkt habe ich das Ganze. Also das hier ist ein bisschen höher. Hier ist ein bisschen weiter unten. Dann hat man nämlich nochmal eine bessere Übersicht. Können auch mal ganz kurz mit einem Jeep reinfahren. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. So, machen wir das doch auch nochmal. Hier fährt man dann los. Das ist eigentlich auch ziemlich perfekt. Natürlich leider über den Besucherweg. Was nicht immer ganz so ideal ist. So, und hier geht es dann hinein. Und hier steht man dann. Mitten im Gehege. Zwischen den gefährlichen Dinosauriern. Die haben ja hoffentlich nichts tun. Ne, aber das soll es gewesen sein aus unserem Fully Modded Park. Der war relativ klein, aber das ist ja auch eine sehr kleine Insel. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, den zu bauen. Und ich glaube, das Ergebnis ist auch echt ziemlich gut geworden. Also wir haben ja wirklich coole neue Ideen ausprobiert. Und haben ja wirklich was Cooles erschaffen. Falls ihr den mal ausprobieren wollt, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den fertigen Park hier findet. Und ganz wichtig, falls ihr eine coole Idee habt für ein neues Parkbauprojekt, schreibt das gerne auch unten in die Kommentare. Vielleicht werde ich das dann in unserem nächsten Parkbauprojekt umsetzen. Aber jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund. Euer Dandi. Danke. Danke. MCin